Hallo Leute und herzlich willkommen zum South Park Saturday. Hier ist Bartamin Sehn, hier ist Darkismo. Wir sind an der selben Stelle wie letzte Woche. Wie es aussieht haben wir die Seiten gewechselt. Also ohne irgendwas zu hinterfragen. Ich habe Demi-Express, hier, ich glaube es war der letzte. Ich habe neue Begleiter, hier und hier, Stan. Das finde ich irgendwie cool. Was bist du da, krieg ich mit dir was? Ein Alley of the Elfking is an Alley of mine, and my shop is open to you. Sehr schön. Ich will das verkaufen. Ich habe so viel Mist, den ich nicht brauche. Den Schneeball zum Beispiel. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe so neue Freunde. Ich habe Demi als Freund. Ähm, bevor ich das do... Kann ich hier was machen? Ja, ich bin ja gestiegen. Ich bin das hier. Sehr schön. Riechkeiten. Riechkeiten. Ja, los bleibt. Ähm... Ja, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich muss, äh... immer ein Inventar kurz. Und da... Okay, die haben alle keine Sachen. Das Ganze... Hier rausgeben. Und so kaufe ich das ja mit. Und das will ich natürlich nicht. Die Gaufe können bleiben. So. Und hier... habe ich nicht. Das habe ich... Weil ich da verkauft. Weil ich nicht aufgepasst habe. So. Wow. Ich will nicht kaufen. Ich werde verkaufen. So. Was verkaufen wir denn? Äh, die Völkerballball net. Der hat mir nicht gefallen. Äh... Den verkaufen wir. Das lassen wir. Das lassen wir. Das lassen wir mal. Ausrüstung. So. Ich brauche da ganz wenig. Weg. 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 Äh... Weg. 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 Den lassen wir natürlich. Wenn jeder anzug lasse ich. Irgendwie will ich den. Den werde ich nicht verkaufen. Feinheiten. So. Weg. 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 mal kaufen können. Wir haben ja ein bisschen was. So, Verbrauchsgüter. Teuer. Was haben man Waffen? Noch teurer. An langen Bogen. Den will ich. Och geil. Mensch, Handschuhe. Kann ich ihn noch nicht benutzen. Feinheiten. Hast du eine Kostnütze? Nee. Dankeschön. Wir brauchen Kaffee, oder? Nee. Jetzt hat sich alles irgendwie geändert. Timme! Timme! Ja, aber der hat keine Koffnütze, Leute. Der hat nur nicht. Der hat eine Emo-Baracke. Aber egal. Dann setzen wir mal die Emo-Mitte auf. Hier, Eyeliner. Wir müssen ja ein bisschen Emo ausschauen. Schwarze Eyeliner und eine Emo-Baracke. So, wenn ich jetzt auch schaue, wie so ein kleiner... Ja, wie so ein kleiner. Wie so ein kleiner. Ja, aber ich hab doch keine, Gottmit. Ja, hab doch keine. Hä? Ich brauche noch Zigaretten. Chic! Ich kann nicht entscheiden, wo zu hängen. Da findet man doch ein kleines Kind. So. Geld. Wichtig. Wie. Ja, Geld. Wichtig. Wissen wir schon. Ja, Geld. Wichtig. Wissen wir schon. Was soll der Scheiß? Hier, ich will meine Zigaretten. Ich habe meine Waffe nicht gewechselt. Scheiße. Ich habe alle Zeit in der Welt, Bitch. Ja, ich hau mir jetzt Mana dran rein. Na, ich gebe immer... Oh Gott, Leute. Ich hatte mich gerade. Ah! 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 Das war sehr Similar, das war kurz. κε COOL! DAAA naviine! Aua. Der hat wehgetan. Nein, nein. Hier. Keine Machtdachler Mana dran. Und was hat er eigentlich? Fähigkeiten? Todesmarkierung? Red Rocket! Okay Awa Nimm das! Komm schon! Oh Sam! Nein! Ich werde dich retten! Ich werde dich retten, mein Freund Um Ja Hier Ich denke, meine Mutter hat ein ziemlich süßes Job mit meinem Kostüm Nimm das! Komm Da ist er weg! Nimm das! Jawohl! Ja schön! Und? Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Ich bekomme wahrscheinlich meine Cheek Ich habe meine Zigaretten bekommen! So Inventar Die kommt jetzt mal weg Und da kommt jetzt mein Langwurm Nein! Was haben wir denn da jetzt? Äh Freier Platz Wär 10% mehr Schaden ab Wenn du blockierst Füge Perfekten Angriff 10 Feuerschaden hinzu Füge Perfekten Angriff Oh! Das nehme ich mal! Und? Äh Fügt einmal Bluten bei einem Perfekten Angriff hinzu Fügt Perfekten Angriff 15% Schaden hinzu Entzieht Bluten 10 Das nehmen wir! Mit unserem neuen Pfeil Mit unserem neuen Pfeil Ähm Ich brauche meine Kopfhandschuhe Ich brauche meine Kopfhandschuhe Das war's Wir haben Zigaretten Jetzt brauchen wir nur mehr Eine Kopfhandschuhe Wo gibt's eine Kopfhandschuhe, Leute? Ähm Ähm Ja Die reden nur, wenn ich eine Mütze habe Und die Mütze Bekomme ich dann Anscheinend hier Ja Will ich ja Okay Lass uns mal reinschauen Das Haus Da könnte Geld drin sein Ja Cheese Nein Komm schnell Ja Ja Cheese Ja Cheese Ja 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 Cheese So Wir machen hier einer Reise He Hö Sie Nun Mann 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 Vielleicht kriegen wir da eine. Ich glaub, verliebt. Vielleicht komm ich da mal rein. Ein Niedermützen. Ja, ich brauch eine Mütze, Junge. Jetzt ist der Schuss, auch ein Fuss. Achtung der Erkstattung des Liefen Häusern. Ein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder. Das war's für heute. Schön, aber wo krieg ich ja nicht Goff mit her? Jetzt bist du doch ein Fan-Vogel da. Ja, find ich ja toll. Ich hab nen Klappen, hey. Aber keine... ja. Keine Goff mit her. Ich bin echt ein bisschen überfragt, wenn der Typ den hat, warum zeigt es mich da aneinander an, dass ich da hin muss. Warum, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. So, Quest. Ja, hier. Kaufe eine Goff-Mütze und setze sie auf. Schön. Aber wo? Oh. Ihr Yogi. Schön, ich weiß es nicht. Musik Es fuckt mich gerade an, es fuckt mich gerade an Ich brauche eine Kopfmütze Okay, ich kann eine Kopfmütze hier Haben Sie eine Kopfmütze gesagt? Ich brauche eine Kopfmütze Was gibts denn da? Trink mal ne Mütze? Ne, da gibts nur Kaffee. Weißt du was, jetzt geh ich mal da rein, was immer da auch ist. Jaaaahhhhhh. Das war's für heute. Kann ich jetzt kurz darüber sprechen? Das ist hier. Ich dreh gleich durch, Leute. Das war's für heute. Das war's für heute. also ha 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 ja ha 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 so gut irgendwie aaaaaa Ah, geht doch. Haben wir hier schon? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Ah, 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 wo komme ich hin? Ah, komm schon. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Ah, ich weiß wie hier. Ah, ich weiß wie hier. Ich muss hier nicht irgendwas machen. Oh, da ist ein greifes Kind. Juhu! Juhu! Ich habe einen Sensor befestigt. Geh weg. Wir holen jetzt das kleine Kind und machen dann Schluss. Schluss für diese Woche und versuche irgendwie dieses scheiß Kopfmittel nächstes Mal zu holen. Ja, ich habe dich gefunden, du kleiner Fratz. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Like da, noch besseren Abo, Kommentare, alles sehr, sehr gern gesehen. Wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Folge von South Park oder durch früher bei God of War oder Last of Us. Schaut bei Mira vorbei, Detroit Become Human jeden Tag, ob 12 Uhr, außer Samstag, glaube ich. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Darkismo. Ich habe die